Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 2 mit dem Herr Dreamtex. Oh, das ging schnell. Ja, Hi Jacket, ich liebe diese Map. Ich liebe diese Yacht. Das ist meine Privatjacht übrigens in drei Jahren. Ich lade dich dann ein, dann gibt's Bitches und Koks. Yay! Bitches! So, ich hab übrigens eben in der Aufnahmepause kurz meine Waffe gewechselt, die ich in der letzten Folge freigeschaltet hatte, zum Ende hin. Ja, ist ein MG. Ach verdammt, ich dachte, ah nee, das ist ein halbautomatisches. Was soll das denn? Ich will ein automatisches. Okay, gut, dann packen wir mal halbautomatisch. Keiner da, keiner da. Mal sehen, wie ich mit der zurechtkomme. Oh, ich hab keinen erwischt. Da waren fünf Leute. Ich hab keinen erwischt. Gut, Granate geht. Chill im Pool. Ein paar Bitches aufreißen. Ne, ein paar Leute. Ah, Fernlandkladung! Ah, Mist. Nein, nein, nein. Ich brauch ein Laservisier. Ein Laservisier. Ah, Scharfschütze! Oder vielleicht probier ich's auch mal mit, ähm, Scharfschütze. Vielleicht krieg ich da, komm ich da besser. Ich hab noch nie so viel, äh, mal, ich muss mal mehr Waffen ausprobieren. Ich nehm immer nur die, die gut aussehen. Ja, wir können mal die, verdammt. Oh, naja. So, ich bin mal unten im Keller vom Boot. Ich hoffe, hier ist auch jemand. Weil wenn hier ein ist, dann krieg ich fast immer. Zu 90%. Kaum bin ich raus, krieg ich auf die Fresse. Ich glaub's nicht. Ich bin auf den Klima getroffen. Ich bin auf den Klima getroffen. Ich bin auf den Klima getroffen. Scheiß auf den Zeitplan. Was war das denn für ein Minifuß? Ah! Klappt nicht. Ah, da bist du. Du wurdest grad umgebracht. Ja. Warum hab ich ihn nicht gemässert? Ah! Fuck! 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 So, mit der Waffe komm ich definitiv nicht zurecht. Ah! Mann! Alter, das war ja so schlecht. Das war ja so richtig schlecht. Irgendwann haben wir vier Medaillen geerbt. So, Klassenergie zu weg mit der Waffe. Alter, mit der kann ich überhaupt nicht umgehen. Mal hier mit der Vector. Auf der komme ich wenigstens besser zurecht. Äh, Raid oder Highjacket? Immer Highjacket. Gerne. Auf der Raid Map komme ich überhaupt nicht zurecht. Ich hasse die Map. Halt! Nein! Stopp! Klassenergie, die Tür. Scheiße. Zweite Granate. Zweite Granate! Zweite Granate! Extra-Gel, Sekundärwaffe, Gefahrenzone. Ja, gut. So, zwei Semtex. Ich mag Semtex. Ja! So, ich sag ja, es ist eine schöne, aber recht groß. Ich will nicht wissen, was die in der heutigen Zeit kosten würde. Lauf doch. Ha! Kaum habe ich die zwei Kills hintereinander. Ich kann mit der einfach am besten umgehen. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Lauf doch. Geh mir. Oh. Ich würde gerne mal wissen, auf welchem Gewässer wir hier hausen. Oh, oh. Ah, fuck. Nein, da ist keiner. Dann gehen wir mal da runter. Und... Ja, die können wir nicht denn durch die Gäste umfassen. Scharfschütze runter! So, gut. Ha! Ha! Um die Ecke und umgenutzt. Jawoll. Nein! Hier läuft's bei dir. Vielleicht... Schon wieder vier Tote und kein Kill. Ach, ach. Das war meiner. Ähm... Hab... Ah, meine... Hat er mich gemessert? Ne, hat er nicht. Was für eine Waffe hast du? Äh... Keine Ahnung, wie die gerade heißt. Sag ich dir dann, wenn wir fertig mit der Runde sind. Oh, komm. Der hat mich... Unterstand mit mir. Wirklich zu mir und... Hallo. Hallo. Oh, das ist so bescheuert. Direkt aufs Dach geworfen. Ist ja so gut. Ah! Mann! Ey, komm, schon mal ein 3-0. Ich hab... Oh, doch. Dann noch nicht. Ähm... Eigentlich glaub ich's ja... ...wohin, ja? Doppelabschuss. Ah, Blendgranate. Fuck. Was? Ich stand hinter der Wand. Ah, toll. Ey, Mann. Fuck. Ah! Alter, was ein Gemetze, ey. Ist ja besser als Left 4 Dead. Genau, lauf du mal vor. Ich warte auf dich. Ah! Du auch tot. Ein bisschen. Weißt du, ich hab grad gesagt, ich hab keine Lust. Dann bin ich mal... ...abgeklappt. Warte. Komm, hol den Tisch los. Der hat so ein durch die Wand Ding gehabt. Pass auf, er kommt. Auf die Beine! Hinter dir. Ah, Mann! Ah, ich hab den mir... ...handschatz angehästet. Alter! Ja, wunderbar. Ich hab den mir... ...handschatz angehästet. Ah, da in der Ecke steht der. Mann! Scheiße. Weil du mir hinterhergerannt bist. Hab dich. Feindliche Vorräte unterwegs. Lalalala. Alter, ich liebe die Waffe. Mit der bin ich definitiv besser. Hey, was ist das denn? Da kam schon 1 zu 13. Alter. Ja! Boah, ja. Oh, so ne einer. Bam, 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 bam. Oh, oh. Ach, warte, der Glauben. Nein! Hier rennen scharfe Schützen rum. Oh, da ist noch einer. Komm schon, ich hab den Headshot. Hey, der hat auch gelassen. Ich hab den Headshot gegeben. Obst du? Das macht's doch. Huch. Ah, Entschuldigung, das war Facebook. Warum muss der Sack... Warum muss der Sack mich auch jetzt anschreiben? Was soll das denn? Ich hab gesagt um 3. Äh, nix 3. Ne! Nein, 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 nein. Ja! Sick! Jawoll. Guck hier, wie er nachfällt. GTG. Was heißt das GTG? Ah, mit dem Tomahawk. GG. Ich glaub, der wollte einfach GG schreiben. GG. Oh! Wow! Alter! So, jetzt, guck mal. Guck mal, wie deine Waffe reißt, weil ich glaub meine... Oh, 1 zu 16. Jürgen, was war los? Kann man noch ein bisschen verändern, weiß nicht? Ja, ja. Äh, ich... Wie heißt sie? Wie heißt das gute Stück? Die Vector K10. Wo, was ist das für eine? Ähm... MP. Ah, der hat mich freigeschaltet. Aber dafür hab ich, ähm, diese PDW freigeschaltet. Die hatte ich vorher, die ist eigentlich auch ganz gut. Ach du scheiß, Alter, wir gammeln jetzt in Nuketown. Ja, Mann. Das ist die Einsätze, die vom... Die kenn ich halt schon wegen denen. Ähm... Die kenn ich das alte Nuketown. Äh, aber alter, Nuketown ist nur noch Gemetzel. Du kannst nirgendswo ne Sekunde lang stehen bleiben. Das ist ein Gemetzel. Doch, bei Blackovs 1 hat es dann mal 12.0. Also, lass den spielen. Na, da bin ich mal gespannt, was du jetzt da raus haust. Vor allem, du weißt ganz genau, wo die Gegner langlaufen, weil es nicht viele Laufwege gibt. So, los geht's. Wir haben Abschlussfreigabe. Dann ist ja gut. So. Erster Kill. Mein Xbox-Freund. Ah, scheiße. Yeah, Gemetzel. Au, nicht. Mach gleich. So. Ey, warum krieg ich nur noch nicht durch und fährst du dich? Döse, Mensch. Ah, zwei Killz und dann hat er mich gemestert. Ah, da bist du. Ja, wo bist du? Oh, shit. Das pink ist das Zimmer. Wow. Nein. Nein, 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 nein. Willkommen. Schon wieder mal so eine kleine. Das gibt's nicht. Nein. Nein. Die spielen irgendwie einen Clan, die haben irgendwie als Profilbild alle so Halbnacktbilder. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich hab mein erstes Spiel gemacht. Ja, das geht ab. 1,2,3. Ich hab einen Assist gekriegt von dir. Yay. Nö. Ah, schon wieder so ein Halbnacktbild. Irgendwie spielen die, glaub ich, im Clan. Ich weiß nicht, ich hab so ein Gefühl. Oder nicht den aufbrauen. Ja, okay, aber... Pff. Nein. Oh, toll, mit Wärmebild auch noch. Was, ein Drecksack. Ja, da gibt's ja irgendwas hinterher. Was war das? Gegner. Ich hab dich gesehen. Nein. Nein. Alter, das ist ein Gemetzel, ey. Das ist unglaublich. Ja, aber guck mal, ich hab da jetzt bin. Ach scheiß, wo hab ich die denn hingeworfen? Wie bescheuert. Nee. Na, komm, wo ist er? Au, au, au. Hier ist keiner? Was geht denn hier ab? Da ist er! Nein! Ah, ich hasse Newtown. Oh, die Puppe hat mich gerade weg. Toll, der Arsch stand mir im Weg rum. Assist. Oh, man steht hier im Weg. Geist, der Arsch. Jemand schreibt in den Chat, why? Why? Oh, komm ey, was ist denn los? Wir sterben irgendwie immer hintereinander. Ich seh's ganz genau. Jedes Mal, wenn ich da runter in den Chat guck, dann sterben wir gleichzeitig. Warum bist du denn vor mir in der Rang? Jetzt hat weniger Tode halt schon. Ja, ich bin besser. Alter, was war das denn? Ah, der hat's erwartet. Nee. Do you speak French? No. Do you speak English? No. Ja, ich bin tot. Oh, ja. Jawollo. Ich weiß, dass da einer ist. Komm. Nummer 1. Ich würd mal sagen, 8 zu 9, ja, ne? Das hat ja nicht schon gut. Nein! Warum? Ein Schuss oder so hat gefehlt. Warum? Why? Did you see it? Spost. Ich glaub, da flippt grad jemand aus. Alter, was ist denn los? Nee, der hat außerdem einfach nur Sprachen, also Eingaben gehabt. Es ist doch zu... Ah! Alter, ich bin so schlecht. Ah, Mann! So schlecht, Alter. Ich hab grad richtig große Lust, ins Mikro reinzubeißen. Mach mal bitte. Und wer denn das aber? Das gibt's doch nicht. Ich bin nicht. Aber das Gefühl, dass ich nicht mehr kackte Kugeln fressen. Wie viel verkackte Kugeln fressen die denn? Oh, aua. So ist das eigentlich weh, wenn man so erschossen wird. So muss ich... Alter, ich fress gleich echt mein Mikro zum Frühstück. Ist doch zum... Was? Oh, ich bin so blöd. Ich lauf dem im Schussfeld rein. Weißt du, warum ich grad gestorben bin? Ach, das Ziel gescheitert. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Kommt mich nicht mehr berühren, das Unfehl. Oh, 16 zu. Alter. Oh, wie schlecht. Aber wenigstens hab ich ne Dingensrad... Äh, Dingens von 0,9. Schnelles Magazin. Schnelleres Nachladen. Wen bockt's? Alter. Noch mal Nuketown. Aber ich nehm jetzt mal... Zweite Klasse, die stelle ich nochmal schnell zusammen. Schrotflinten. Komm, was soll's, nehm ich die. Okay, I'm ready. Ich auch. Ah, fuck. Ich weiß nicht, woran es liegt, warum ich in COD so schlecht bin. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, wir machen, äh, mal Folgenschuss, sehe ich gerade. Wir sind schon bei über 20 Minuten. Heyho und willkommen zurück, äh, nach diesem Video auf der Endcard. Hier nochmal so ein kleines bisschen Werbung für ProfitLP, also für mich. Du kannst jetzt auf, äh, meinen YouTube-Channel gehen und dir weitere Videos angucken oder mir auf Twitter schreiben. Ähm, Kritik und so ein ganzer Bullshit. Oder auf Facebook will ich natürlich auch vertreten. Was jetzt hier nicht eingeblendet ist, ist Google+, aber der Link ist unten und Skype auch. Schau mal vorbei. Ich freu mich über dein Kommentar, Abo oder sonst irgendwas. Würde mich freuen und würde auch meinem Kanal helfen, wenn du und auch andere Leute, äh, meine, meine Videos weiterhin sehen wollen. Und ja, vielleicht überlege ich auch mal irgendwie mal Livestream zu machen. Oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Gut. Stay tuned und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn du dabei bist.